Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Heute spielen wir The Crew 2, das nicht alleine, sondern wieder mit meinem Person, der King. Servus! Gar nicht zu laut. So, heute machen wir aber einen Roadtrip von New York bis Chicago, ne? 40 Kilometer. Und ich bin mal gespannt. Wir fahren einfach ein bisschen, es regnet gerade, aber das ist ja egal. Und ich habe heute mal den RS5 rausgepackt und habe es mir vor kurzem gekauft mit einem schönen Rot und abgedunkelten Fenstern. Und hier, ja moin, fahr erstmal in mich rein. Danke, danke. Und ja, mein Cousin hat einen Lamborghini, warte, was ist das nochmal? Huracan, genau, Huracan, LP, irgendwas, ne? Auch heftig in diesem Schwarz, finde ich. Und ich würde mal sagen, Soundtest erstmal, Soundtest, wichtig. Oh, ey, yo. Erstmal schön, erstmal den Schramm hinten rein gemacht, ne? Dann fahr mal vor, oder soll ich? Ja, fahr einmal. Jetzt hoffentlich kommt die Sonne auch wieder raus. Schön, schön. Also 38 Kilometer sind das circa. Das ist jetzt noch nicht so weit, aber mal machen, ne? Oh, so, jetzt komm. Ohohohohohohoho. Ohohohohoho. Alter, also die Motoren, die sind heftig von beiden Autos. So, komm. Jetzt kann ich mal was schneller werden Mal schauen, hier kommt kein Auto Ich glaube, wir fangen jetzt auf den Highway, ne? Oh ja, das wird geil Oh ne, ich schalte die Regen Oh Gott, Achtung, wir müssen hier raus Ja Oh Alter, aber das mit dem Regen Hoffentlich geht er gleich weg, Alter Oh Gott, muss man aufpassen hier, Junge Oh Gott, oh Ja, ich hab das Auto gerammt, egal, schnell weiter Fahrerflucht begehen, oh Gott Los, 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 los Beeil dich Ja, Nitro, sechster Gang Oh Gott, noch paar hier Helonen mitnehmen, perfekt Oh Junge, oh Alter, einfach mal mit Oh, Junge Alter, Rampel, Rampel Alter, ne, okay Du bist komplett falsch gefahren, mal wieder Ich weiß, Warto, bist du Bist du wieder da hinten Ich komme zu dir Ja, ich bin jetzt hier Warten? Nein, nein, ja, kannst warten Kannst warten auf mich Oh, 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 oh Wie hab ich das gerade nicht bemerkt? Alter, das war gerade richtig krass Oh, oh Ich hab's gerade irgendwie nicht Alter, drei, drei hintereinander Oh, oh Drei, vier zum Hintereinander Oh Gott, ich bin wieder zu Mann, ich erfahre mich hier die ganze Zeit Ich muss mal Oder hast du ein Kein falsches Navi oder so Ja, das kann auch sein Oh ja, okay Alter, was macht dich hier auf der Farbe? Junge Ist die doof? Ich komme mal zu dir wieder Bin jetzt vor dir Da, ja So Schön hier reinfahren Boah, Alter Rot, rot, rot Ist hier rot? Ne Oh Gott Muss hier aufpassen So, jetzt hier schön Und Und jetzt los Oh Alter, dieser Motorsound ist so geil So, der RS5 Coupé Der ist gerade echt mein Lieblingsauto So, ne Aber VWC Motorsound immer geiler Ja Oh Gott Oh Oh Alter, ich fahre Ich bin Ich gucke nicht auf die Karte, Alter Und auch oben auf diese Äh Pfeile gucke ich auch nicht Ich bin voll abgelenkt, ey So Oh, Autobahn oder was? Okay Komm, Vollspeed Vollziehen Let's go Naja, ich kann's losfahren Los, 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 los Jetzt komme ich hier Achtung, Achtung Oh Gott Ich bremse ein bisschen Ja, moin, da war ein anderer Spieler Moin, moin Boah Boah Alter, was machst du? So Keine Ahnung Jetzt hier rechts Ja Oh Oh Ja Easy Easy Achtergang 31 Kilometer haben wir noch zu fahren Boah Aber siehst es schön aus, ne? Auch wenn das ändert Vier, vier, vier Alter Viel Verkehr, Alter Junge Alter, ohne Spaß Viel Verkehr, ne? Ja, Alter Ist hier, hier Mittagsverkehr Hier Berufsverkehr Ja Sind wir hier auf der A2, oder was? Oh 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 Gott Hier ist ne Ja, er hat sie Jetzt wird es wieder freier, ne? Oh Gott Hält Ich glaube, ich habe jetzt schon so viele Laternen mitgenommen, ne? Wenn du wüsstest Ich Ich habe richtig viele Laternen schon mitgenommen Richtig schlimm Okay, jetzt kommen 300 Alter Schon mit 300 Das ist ne Autobahn Ist schon, äh Ich bin schon 360 370 Ja, ich bin 300 380 50 Immer noch Noch Oh Oh Alter, da war ja noch Oh Gott Diese Kurve habe ich nicht sehen Kommen Ich bin direkt jetzt hinter dir wieder Oh, Alter Wie driftest du? Schiech Jesus Ich muss auch mal versuchen zu driften Mit dem Auto kann man das auch gut machen, ne? Ich gehe mal in die Ego-Sicht Oh Mann Jetzt bin ich einmal schon zweit War schon ganz fein in die Ego-Sicht Ja, ich bin Ich habe mal gerade in die Außensicht gemacht Und jetzt mein Ego Wow Schein heftig, ne? Das sieht auch schön aus Ich mag echt kein Audi, ne? So Manche Autos Aber das feiere ich wirklich Pass mal auf In diese Auto Sonntagsfahrer Oh, 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 oh Alter, das war jetzt Ja, mein Lenkrad Das ist viel schwerer damit zu lenken Als mit so einem Controller, ne? Das ist jetzt Auf jeden Fall Mit diesem Auto Ich habe so eine neue Empfindlichkeit Ey, pöö Das ist viel schwerer, Alter Boah, so Oh, 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 herzenfakt So, okay Siebter Gang Okay, ich habe dich eingeholt Ich komme jetzt Oh Gott Oh Erst mal hupen hier Aus dem Weg So Noch 20 Kilometer Ach, da Gang Ey, hier ist wieder Überall Leute, ey Scheiße So, jetzt habe ich dich eingeholt Ich warte mal ein bisschen auf dich So, das ist ein Das ist ein Roadtrip, Alter Wir fahren einfach alles um Was uns in den Weg kommt Am Anfang noch Ja, ein bisschen Verkehrsregeln Wie ist das? Das hat sich jetzt auch erledigt Boah, Alter Boah, Junge Oh, 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 nee Ich muss hier durch Ich muss hier durch Oh, das war richtig gut Äh, hättest du das gesehen? Boah, Junge Dieses Auto will ich ins Achtung, Achtung In den 6. Gang einschalten Boah, alte Diese Manöver, die ich gerade gemacht habe Ne? Ey, mach Platz Fürbst du mich auch von hinten oder was? Junge, ich fahre gerade Topspeed von meinem Auto Ich glaube, ich bin über dem Top Ich fahre gerade äh, 400 gleich Alter Schwede Oh, das ist schon Oh Gott Linksrum, rechtsrum Boah, hätte ich das geschafft, ne Das wäre, ah, gut Nee, hätte ich eh nicht, glaube ich, geschafft Ich habe es geschafft, einfach Ich nicht Man, war ja gut Du gehst in den Standstreifen Wollte dann noch versuchen So, oh Gott 83 Auf ganz viel Ja, ich fahre gerade auch 350 So, Nitro, komm Boah So, perfekt So, Highway Highway ist immer am geilsten Und guck mal, mein Auto kann halt nicht mehr Als 370 Das ist natürlich schon viel eigentlich Aber gut Ich glaube, der RS5 ist halt eher einmal Familienauto So Ja, ja, auf jeden Fall Und dann vor allem, äh Audi RS4 und RS6 Ist halt auch so größeres Also so ein Er so ein Coupé Also ein Couturinkaufen Irgendwie vom BW Ja Oh, Junge Boah Alter Ja, ich musste da langsam mal fahren Boah, da sind die Schamme Wie lasst du mich da blockiert? Ja, sorry Wüsste ich nicht Ich habe nicht nach hinten geschaut Ah ja, also der Maxelipps Mein Rückspiegel geht irgendwie Oder funktioniert nicht so richtig Äh, so, ich glaube, wir müssen Oh Gott, Alter Oh, 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 oh Alter Wie du mich weggedrückt hast Hast du auch gemacht So Alter, da hinten ist schon Chiago Oh Gott, hier links, rechts, links Oh, gegen den Bus Ja, moin Sorry Boah, da überholt es mich wieder Oh Dieses Geballere, dieses Auto Oh Oh, schon wieder Das war jetzt insane. Das war insane. Oh, ey, diese Truckfahrer, ne? Die fahren irgendwie ganz kurz. Ach, wir müssen jetzt schon raus hier, oder was? Okay, langsamer fahren hier. Oh Gott. Jetzt wieder ein bisschen mehr an Verkehrsregeln halten, wenn wir in der CD sind hier. Ich glaube, ich muss gleich mal zu einer Tankstelle. Oh, alter, gerade Strecke. Da muss man ja ein bisschen schneller fahren können. So, jetzt hier ein bisschen bremsen wir. Es gibt keine Blinker in diesem Spiel. Das ist ein bisschen doof, aber nicht geil. Aber scheiß drauf. Aber scheiß drauf. Mal, es ist so einmal, ja, ein bisschen. So, noch ein Kilometer, gleich mal. LKW, weg, hier ist ja gar kein Auto. Was ist denn hier los? Er war gerade aus, kann nicht fahren. Mal da auf gar keinen achten. So, hier ist schon unser Ziel, aber wir fahren aber mal ein bisschen weiter, ne? Ich gucke jetzt mal die CD ein bisschen an. Oh, komm mal zu mir. Dann schauen wir uns mal. Wir fahren jetzt mal hier nach links. Oh, sieht aber schön aus hier, ne? Was ist denn hier rechts? Das ist eine Brücke. Kann man da drüber fahren? Oh, ja. Ich fahre mal drüber hier. Oh, sieht schon geil aus. Natürlich, es ähnelt sehr an New York. Aber irgendwie hat das was. Und hier, oh, oh. Oh, Junge. Oh, 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 oh. Warte, jetzt ist das Starbucks. Ist das Starbucks? Warte. Ist das Starbucks Werbung? Hä? Da. Oh Gott, meine. Tatsächlich, ich muss jetzt mal schauen. Schon da gerade Starbucks. Nein, wie heißt das? Starroga. Oh mein Gott. Das ist diese Nachmache, glaube ich. Da steht es halt. Ich kann es immer noch nicht richtig sehen. Doktor Starrogaer Kaffee. Simple the best. Da musst du ins Bonus-Modol gehen und kannst du einfach Effektion ausblenden drücken und kannst du so wie alles, hörst du. Naja, aber jetzt habe ich es schon gesehen. Alter, ich habe gedacht, lol, das sieht fast genauso aus wie Starbucks. Ich denke mir so, lol. Was heißt das? Starbucks. Das ist so, da kannst du Kaffee kaufen und sowas, so ein Kaffee. Das ist, ne? Alter, komm mal. Man muss sich mal diese Filialen hier angucken, die es gibt. Was es da alles gibt, Junge. Wird auch ein Haus gebaut. Und jetzt an die Spezialisten von The Crew 2. Gab es in letzter Zeit ein Update? Weil wir wundern uns die ganze Zeit, weil so neue Gebäude und so immer hier irgendwie auf der Karte erscheinen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie das nie beobachtet haben oder ob die da wirklich ein Update hatten. Ich frage, guck mal. Warum lau... Ja, hier, Tablet runtergefallen. Hä? Das ist kein Tablet, Junge. Das ist eine normale Box. Achso, eine Box. Eine Box. In dem Box. Eine Boombox. Guck mal, kurz zurück, guck mal. Ja. Wo ist die? Bei mir ist das irgendwie in der Straße drin oder so. Hier mitten auf der Straße hier. Ich sehe das nicht, oder? Ich sehe hier gar nichts. Aber du hast das gerade angestoßen. Ja. Ja, Mann, du zerkratzt meinen ganzen Wagen, ey. Guck mal, was hat der für eine Tasche? Guck mal, die hat nie Handtaschen. Oder irgendwas Souvenir mit. Guck mal, lässt das einfach auf dem Boot. Das ist neu. Coffee Store. Das ist neu, Alter. Ich kann mir keinem sagen. Junge, was ist das für ein Gebäude da hinten? Muss ich mir mal angucken. Ah, komm. Ah, war scheiße. Alter, mein Wagen ist so heftig. Jetzt der Kratzt und was weiß ich alles. Und jetzt hier. Boah. Dieser Drift war schon geil. Und jetzt komm. Ich will jetzt mal richtig geil einen Drift hinlegen. Jetzt. Und. Jetzt wieder los. Oh, Mann. Na, ich war am falschen Gang, Leute. Das war's vom Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. War ein bisschen kurz. Aber beim nächsten Mal gibt es vielleicht mal 40 Minuten einen Roadtrip oder mal über die ganze Welt wollten wir nochmal machen. Das kommt, Leute. Das werden wir noch machen. Und ich suche zwei Leute von der Community, die wir mit uns aufnehmen. Weil wir haben eine Idee. Ein geiles Format. Und ihr könnt dabei mitmachen. Schreibt unten euren Namen rein. Und dass ihr Bock drauf habt. Und dann können wir uns das ja mal merken. Und wir nehmen gerne mal mit euch auf. Aber das war's vom Video. Wir müssen jetzt noch ins Sammlung mit uns einen geilen Autos hier machen, Alter. Und ja. Das war's. Tschau. Tschau.